Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. So, ähm, was brauchte ich jetzt eigentlich? Äh, ich glaube Glas. Moment, wie viel brauch ich denn für dieses Teil? Für das, für das, äh... Wo ist es denn? Äh, viermal Glas. Uiuiuiui. Viermal Glas, ui. Okay. Halt. Oh, Mann. Eins, zwei, drei, vier. Ich würd's ja gerne doppelt haben. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Alles klar, dann brauch ich zwei Räume. Oh, ich hab's gar nicht so getragen. Ich glaube, das Sechste braucht einen Raum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Ja. Dann brauchen wir noch Verbindungen. Hm, 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 hm. Brauchte ich eigentlich noch einmal Glas? Ich hab ja eh mal mehr mit, ne? Machen wir alles, äh, Quarz jetzt zu Glas. Ah, das machen wir drüben. Dann kriegen wir die Bude mal ein bisschen... ...auf Vordermann hier, ähm, Stromverbrauch, meine ich. Trinken, essen muss ich auch schon wieder? Mein Gott. Welcome aboard, Captain. Was ist hier? W- W- Was ist denn hier los? Äh? Macht euch raus hier. Der, 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 ich kann nicht... Der Schwaben, raus hier! Ich, heh. So, was ist hier los? Mal gleich wieder was reinschmeißen. Weg hier. Kann nicht wahr sein. Was ist denn? Glas. Gut. Äh, wo wollte ich mit dem Scheiß hin? Hier hinten, da oben, ne? Oh, hier ist Platz. Ach, ich wollte ja auch noch ein Glas gangen, ne? Auf aller Fälle. Man könnte natürlich auch hier und dann da wieder zurück. Weil hier drüben kann ich ja irgendwie nicht bauen. So, dann mal gucken. Ach nee, da hab ich ja auch... Es funktioniert nur so nicht, so richtig, wie ich dachte. Kann ich jetzt... Na doch. Doch, doch. Pass mal auf. Ähm. Fünf. Raum. Na. Was hast du für ein Problem? Warum gehst du da nicht ran? Warum geht denn das nicht? Da wird's gehen. Ey. Warte mal, wie machen wir den da ran? Ich will ja eh zwischsteckig haben. So, kann ich jetzt hier noch einen ran klemmen? Na. Mäh. Spiel. Spiel. Warum kann ich hier keinen hinsetzen? Willst du mich verarschen? Was hast du für ein Problem hier? Was... Wieso gefällt dir die Lage hier nicht, oder was? Was ein paar andere Probleme ist, dann machen wir ihn hier drauf. Jetzt muss ich mal gucken, was, ähm... die Festigkeit noch sagt. Oh, 32, Luke ist noch okay, ne? Gut. Da komm mal rein. Jetzt muss ich mir hier oben erstmal noch... ne Luke. Auf jetzt schon wird die Darn, ey. Ich flipp aus. Das wird ein Konstrukt werden hier, ey. Dann mach ich... Dann mach ich's hier lang, oder? Ey, warte mal, erstmal gucken, ob's geht. Kurz mal. Klammern wir mal hier ran. Hier geht's. Warum geht das nicht? Kann mir das immer erklären? Wenn ich den hier hinsetze? Ja, gleich. Achso, halt. So, ich brauch die Tarn. Schaffen wir das noch bis rüber? Denk ich. Völlig planloser Bau hier. Fällt mal. Ich wollte ja eigentlich da wieder zurück. Ja, warte, 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 warte. Ich seh mich jetzt gleich wieder alles abreißen. Ja, ja. Total, ja, ja. Vollpacken. Mal ein bisschen frei lassen. Äh, das ist schon zu viel, weil ich muss noch was essen holen. So. Können wir auch mal ein Treschschirm da rein treiben. Eins. Und zwei. Und drei. Und nochmal vier. So. Weil ich wollte ja... Ich hatte ja vor hier den Glasgang wieder zurück zu gehen. Oben drauf. Das wäre vielleicht sogar besser. Moment, das werden wir mal gucken. Fünf. So. Ähm, gib mir mal so einen Raum. Kann ich hier ihn drauf setzen? Ja. Kann ich denn noch ihn oben drauf setzen? Weiß ich nicht. Und da müsste man ohnehin drauf und dann da oben den Glasgang zurück. Das wäre natürlich ohnehin eine Möglichkeit. Ja. So, das geht drauf. Okay. Wenn ich die jetzt abbaue, geht denn diese Höhenstärke wieder hoch, endlich. Ich hoffe. Ja. Was nun? Wird voll, wa? Nee. Ach, die Jule ist leer. Scheiße. Ah, ich muss mal so ein Batterielade-Dings muss ich noch bauen. Und ich wollte auch noch, ähm... Ein zweites... Kann ich jetzt hier durchschwimmen? Nee, ne? Die auch nicht ab. Äh, zweites Energiezellen-Lade... Boah, dachte ich schon. Zweites Energiezellen-Ladegerät will ich auch noch haben. Was wird das nächste werden? Äh, leer. Die ist voll. Oh ja, ja, das Ding. Ähm, R. Upp. Oh. Leere, glaube ich. Hm, genau. Ich habe eine Idee. Hier drüben kommt, äh, das Aquarium rein. Das ist jetzt zweietageig, genau. Jetzt kommt hier... Warte mal, den... Halt, den erstmal abbauen. Komm, 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 komm. Ich hoffe, das passt alles dann. Jetzt kommt hier noch so ein Teil drauf. Warum hat er an denen da nicht richtig drauf gesetzt? Äh? Das ist allgemein alles nicht richtig hier. Ey, Spiel, du machst mich irre. Was ist denn hier los? Müss ich den ganzen Kack hier nochmal abbauen? Und da habe ich den Platz mehr. Ich drehe durch. Mann, ey. Warum setzt er den hier so hoch und da nicht? Das passt dann schwer rein hier, ne? Ne, nicht ganz. Wau mal, der kann doch... Der kann so bleiben. Der andere muss bloß ordentlich drauf. So, jetzt. Jetzt passt das, ne? Ja. So, jetzt kommen hier... Glasgänge. Bitte da hin. Äh, nochmal. Oh, oh, der zieht ja ordentlich ab. Da brauche ich bald... Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Habe ich noch? Lithium. Ich kann nur noch einen annabeln da. Oder ich muss mir... Ähm, diese, diese... Shots reinbauen. Glaub ich, die ziehen. Die hauen auch nochmal, glaube ich, hoch. Alter, wenn denn hier. Oh ja. Gibt mir gleich zwei her. Dann gib mir das Titan gleich nachher hier. Ist ja Quatsch. Ich muss ja noch eine Leiter, glaube ich, einbauen. Ach, das sieht doch cool aus. Genau, da kommt hier auf den zweistöckigen das Aquarium rein. Da unten kommt eine Art Labor rein. Und da drüber... ...meine Bude. So dachte ich mir. So. Äh... Halt, erstmal... ...Verstärkung. Das Ding, rand nach. Hätte ich auch da hinten machen können. Habe ich hier schon mal eine dran gehabt? Ja, gut. Hier hätte ich eigentlich immer noch eine Glaswand gehabt. Warte mal, kann ich das von hier abbauen? Ne, habe ich von innen gesetzt, ne? Scheiße. Lass mich mal rein hier. Achso, wegen dem Fabrikator. Naja, gut, ist egal, erstmal. Kann man später nochmal ändern. Weil, dann hätte ich hier hinten, ähm, die ganzen Dinger reingemacht. Wollte ich, hatte ich, glaube ich, eh vor, ne? Äh, so, jetzt muss ich erstmal... Wie mache ich das jetzt? Moment. Ich brauche so ein Bullo hier. Das kommt dann wieder weg gleich. Keine Wange. Das heißt natürlich... ...ein klein Glas mehr. Ich drehe ruhig. Hin und her. Aber es ist Material da, also daran nix nicht. Denke ich, hoffe ich. Jo. Äh... Was habe ich gesagt? Schon wieder vergessen? Hey, Mann. Das Ding hier brauche ich viermal. Also brauche ich achtmal Glas. Bei zwei Stück. Ich habe zweimal. Eins, zwei. Eins, zwei. So, jetzt haben wir die Viere. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Machen wir hoch drüben. 90 Strom, ne? Mal sehen, was... Mann, die scheiß Viecher hier drin. Geht weg. So. Äh, dann bin ich gespannt hier, ob hier... Wenn ich hier, ähm, ähm... Unterfung, wollen wir mal die, die, die... Solarzellen machen, glaube ich, 25, ne? Ja, mag ich leer sehen. Scheiße. Hehe. Die Bude ist ohne leer, ne? Ja. Gut. So, jetzt setzen wir das Teil hier rein. Oh, ich dachte gerade, es geht nicht, ey. Ich will ja irgendwas spinnen. So, Nummer eins. Raus. Halt. Der bleibt in der Hand. Kuh. Abbauen. Sehr schön. Ah, jeden Glas so viel gemacht, ey. Halt, ich muss ja... Komme ich denn da hoch jetzt? Mal laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. Zack. Ja, hier ist der Beobachtungskuppel. Dann kommt hier so ein paar Laborschalter-Zeugs rein. Ich muss ja noch höher. Äh, ja. Jetzt überlege ich, wo ich die Leiter hinbaue. Ähm, machen wir sie hier hin? Seitlich? Ja, aber... So. Leiter. Jetzt geht's hier lang. Und... Den. Ah, ne, ich hab nicht so viel Glas gemacht. Das ist genau richtig. Weil... Luke. Super. Haben wir das. Jetzt brauch ich bloß noch die Tiere, die ich da reinsetze. Schade, dass das hier unten nicht ohne Glas ist. Dass man so nach unten gucken kann. Hm? Man kann nicht alles haben. Das sag ich noch an Titan einstecken. Nicht mehr viel. Äh... Was könnte er jetzt hier... Ne, warte mal. Ach so, hier soll mein Bettchen rein, ne? Genau. Dann mach ich auf alle Fälle hier ohne Glasscheiben rein. Dann kommt hier mein Bett hin. Mh, und... Mal sehen. Ein bisschen Zeug. Was kann ich jetzt hier für ein sinnloses Zeug bauen eigentlich? Sonstiges. Laborschalter. Regal. Kaffeeauto. Ein Verkaufsautomat. Kaffeeautomat. Der muss oben mit rein. Ne Banke. Es gibt bestimmt noch mehr Gemülle, ne? Laborschalter. Warte mal. Könnte man doch hierher tun. Ja, sieht wichtig aus. Da können wir dann, hoffe ich, so Zeug draufstellen. Dann... Was mach ich denn noch? Wir brauchen noch einen Schreibtisch. Der kann da hin. Und... Einen schönen Schreibtischstuhl. Äh, den würde ich nehmen. Ach so, die kann ich auch so drehen, ne? So. Und dann werde ich mir... Was brauche ich für die Dinger hier? Bilderrahmen, Kupferdraht. Genau. Der kommt denn hier ran als... Bildschirm. So, dann müsste ich den anderen Krempel mal holen. Es nimmt alles Formen an. Ach, ich dachte, da oben wollte ich auch noch einen Schreibtisch oder irgendwas anmachen, ne? Oder irgendwo einfach nur einen Stuhl zum Gucken. Ey, raus hier! So, äh... So, äh... Das und das erstmal nicht. Brauche ich noch ein bisschen Titan wieder. Kupferdraht noch, ne? Ah. Silber... Silber, das bräuchte ich jetzt gerade erstmal nicht. Speisen wir das mal hier rein. So, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Da. Eins, zwei. Machen wir jetzt schnell hier drin. Gut. Das erledigt. Hm. Ich kann jetzt hier... Hier kann ich bestimmt keine Leid daran machen, weil es... nicht richtig zusammengesetzt ist, ne? Ne. Das ist egal. Brauche ich nicht. So. Äh... So. Alt. Zack. Und jetzt kann ich doch hier... Linke Maustaste... Was machen wir denn da Schönes rein? Irgend... Irgendwo... Ach, ich muss mir Fotos schießen mit dem... Mit dem anderen, ne? Ja. Gut, dann lassen wir das erstmal. So, kann ich jetzt hier irgendwie den ganzen Müll hier irgendwas draufstellen? Das machen wir auf die Eins. Das... Auf die Zwei. Und den auf die Drei erstmal. Hier, das haben wir ja auch noch... Vier. So. Ähm. Eins. Ja, gut, 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 gut. Das funktioniert. So. Zwei. Ich bräuchte eigentlich noch irgendwie so ein Ding, damit ich hier nicht alles mit eh mal drauf stelle, ne? Warte, man nimmt mal die... Vier. Hm, hm, hm. Dahin. Doch, kann ich ja fast alles draufstellen hier. Ist egal. Kann ich den drehen hier? Ja, ja. Öh. Was nu? Zwei. Was macht denn der? Das Spiel ist überfordert. Warte mal. So. Dann kommt der jetzt... Oh. Warte. Ja. Genau, genau, genau. Sieht wichtig aus. Kann ich, ähm... Wo war's? Ja, gleich. Kann ich jetzt hier zum Beispiel... Ich stelle mal das schnell hier an. Drei. Ja, kann man draufstellen. Was auch immer das sein soll. Äh? Was ist denn das? Achso, irgendeine Kiste. Ja, dann kommen hier noch Pflänzchen rein. Glasfenster. Also auf der Seite auf alle Fälle Glas. Die Seite kann ja so bleiben. Ja. Ja. Hm, 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 hm. Es nimmt Formen an. Ich werde noch... Ich muss noch irgendein... Irgendein... Foto schießen. Aber was? Boah, jetzt... Was wollen die hier an der... Das ist scheiße, ey. Was kann man als Bildschirm nehmen, was ein bisschen wie ein Computer denn aussieht? Das ist natürlich blöd hier. Eigentlich ist das scheißegal. Denn es ist halt ein... Bildschirmbhintergrund. Man geht doch mal... Kann man die nicht wegschnitzeln hier oder so? Ich muss erst mal wieder mal zurück. Eins, äh, zwei. Drei. Vier. Ja, gut. Ähm, wir sind am Ende. Jo, dann hast du, denke ich... Äh, mein Gott. Dann hoffe ich. Das hat euch ein bisschen gefallen. Und ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und ein Abo. Und so weiter und so fort. Dann sage ich... Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.